Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gwent, heute am Sonntag. Ja, wir spielen hier jetzt weiter und hoffen jetzt mal, dass wir jetzt endlich mal ein Spiel mal wieder gewinnen. Damit das hier auch endlich mal wieder was wird. Und endlich mal ein bisschen mehr Spannung in den Kram hereinkommt. Kurz Recken und Strecke von dem ganzen Blitz hin. Jetzt ist es schon ganz... Ja. Jetzt auch gerade mit kurzem so einem T-Shirt am PC. Sterb doch warm. Wir tun, was getan werden muss. Ach, wir können anfangen. Gut, gut, gut. Nicht gut, besser. Ich nehm das so. Ich nehm das so. Wir machen jetzt platt. Hoffe ich. Hoffe ich. Ausnahmsweise. Weil sonst ist da... ne Tude für die Woche. Bist ja nur verloren. Bist ja nur verloren. Was war der denn jetzt für ne Karte? Happy Burst. Der fängt hier schon wieder richtig geil an. Aber mal so richtig geil. Was denn das? Was willst du machen? Wir hauen jetzt einfach mal raus und hoffen einfach, dass wir immer mal nicht noch Ründchen gewinnen. Ich bin jetzt genau ne Stunde am Aufnehmen für Gwent. Läuft. Ich hab um 11.49 Uhr gestartet. Jetzt haben wir es 12.49 Uhr. Läuft. Deine. Du willst du trinken stehen? Ja, gleich mal was Neues holen. Wollen wir gleich das nächste Projekt in Angriff nehmen. Du willst hoher El? Schon mal zertrümmerte Kniescheiben gehabt? Das passt doch. Ich hab heute echt kein Glück. Eine Kuh. Und der Nebelmann. Und... Oh, Melitale. Oh, Melitale. Dies ist Elfenlanddeune. Hier finden solche wie ihr den Tod. Es gibt keinen Kommen. Sie können sich verstecken, aber es gibt keinen drinnen. Es gibt keinen Kommen. Es gibt keinen Kommen. Wir tun, was getan werden muss. Wir tun, was getan wird. Wir tun, was getan wird. Wir tun, was getan wird. Das ist nicht dein Tag! Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Naja, gnadenlos verloren. Gar nicht mehr leben. Heute ist nicht mein Tag gewesen. Aufnahmetag. Aber nächste Woche wird's hoffentlich besser. Hoff ich. Rang geht auch noch mal runter. Schließen. Das heißt, das war's auch mit der letzten Folge für diese Woche. Ich hoffe es euch gefallen hat. Aber natürlich schön, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke. Ciao.